Damit wir auch mal was machen Jungs durchmücken, durchmücken Scheiße So meine Herren Sind sie nervös? Sie müssen nicht nervös sein Jungs sind wir ready? Warte Jungs, ich muss mich noch kurz umziehen Jungs, wenn Richtig oder gar nicht, Alter, so ein Ding Sie sehen so unglaublich gut aus, Commander Ok, rücken wir mal vor Wie ist das? Get down Get down and move it all around Klassiker Commander Wie heißt der nochmal? Ruffnecks Commander Eigentlich Jürgen Commander Warum sind die alle gleich aus? Junge, was ist denn das? Ganz einfach zu erklären, Sir Wir sind Vierlinge und ehrlich gesagt Ein wenig Fehl am Platz Ursprünglich haben wir eine Karriere als Superhelden angestrebt Und hatten auch mega coole Outfits Und einen fancy Namen Fantastic 3 plus 1 Naja, eigentlich war es mal vor am Ende Aber dann kam irgendein Konzern Dessen Name sich auf Fisney reimt Und hat uns dermaßen zugeschissen mit Unterlassungsklauseln Dass wir nun hier gelandet sind Jungs, macht doch jemand die scheiß Tür auf Das wird erst im dritten Jahr in der Berufsschule vermittelt, Commander Ausführen, los Wir haben eine bessere Idee Wir schießen das Ding einfach auf Dann mach ich es halt Digga, was ist das für ein scheiß Team? Holy shit Gucken Sie unter Ihre Schuhsolle, Commander Mach den scheiß hier einfach Solo Okay, Jungs Wir sind schon mal gut vorangekommen Okay, wir müssen jetzt hier mal auf Komm Junge, komm, aufmachen Ich glaube, wir müssen jetzt nur noch diese eine Person Dort vorne im großen Raum festnehmen Dann haben wir die schon alle wieder Ja, das scheint gerade irgendwie Mission beenden Let's go So, er ist So chin die auch immer bei der Polizei Einfach immer so Können wir eigentlich auch solche Westen haben, Commander? Status Alle sind gest... alle nicht mehr arbeitsfähig Junge, Alter Wilson, Lukas, James Smith Sind euch alle entlassen, Alter Was ist denn das? So, Jungs Here we go again Da sind wir wieder, meine Freunde Danke für die zweite Chance, Commander Jürgen Denkt daran, was wir in den YouTube-Videos gelernt haben Vielleicht überleben wir es auch alle nicht Damn, das sieht sick aus Komm, Jungs Hopp, 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 hopp Digga, was trainiert ihr eigentlich? Rhythmische Sportgymnastik, Commander Mit wem habt ihr rumgeballert, ne? Da war eine Gruppe aufmüpfiger Pfadfinderinnen Gut gemacht Wir wollen eure Kekse nicht Schön gesichert, Junge Gibt's hier Sprengfallen? Bereits alle ausgelöst, Commander We need to talk Back Wait Retten sie alle Zivilisten Sehen sie Commander, da wäre noch eine Sache Warum ist das schon geäxt? Hab ich das jetzt schon verkackt? Ach du Scheiße Ich schwör, der lag schon da, als wir angekommen sind, Commander War das ein Zivi? Oh mein Gott, was geht mit ihm? Er ist besessen Weihwasser Weihwasser sofort Digga, warum kommen die Jungs denn nicht mit? Was ist denn das? Ich hab mich verlaufen, Commander Ich hab schon einen Zivilisten getweetet Ey Das war vielleicht ich Ich bin nicht ehrlich Das war mega vorausschauend, Commander Der stand kurz davor, bei denen einzusteigen Jungs, ihr müsst Ihr müsst mal mitkommen, Alter Wo seid ihr? Ich kieb euch doch schon die Befehle Ihr seht nicht so, als ob ihr alleine reingehen will Was soll ich mit dem Team anfangen? Commander, wo muss ich nochmal draufdrücken, um zu schießen? Wie sollen wir denn hier taktisch vorgehen, Jungs? James Immer noch Jürgen, Commander You're in my spot Digga, du bist in meinem Spot, Digga Was willst du von mir eigentlich? Von meinen Eiern, Alter Abfahrt, Junge Windgranate sichern Los, los, los Haben wir schon einen verloren? Wir waren doch einer mehr, oder nicht? Den haben wir bei den Sprengfallen verloren, Commander Ah, da hat er wieder den Fuß geschossen, ne? Tut weh, ne? Tut weh Sollte man nicht machen Okay, vielleicht ist auch Michael unten Der hat ein paar Mega-Hits, Commander Meine Mutter liebt ihn Aber ich bin davon ausgegangen, dass Michael eher so der Endboss ist So like Elden Ring oder so, oh mein Gott Jungs, komm Das haben wir geübt, mehrfach Ich secure von hinten Okay, Jürgen Du schaffst das Du bist das menschliche Schutzschild vom Commander Und es ist überhaupt nicht komisch, dass du von dir in der dritten Person sprichst Du musst den Jungs immer alles erklären Schlimm, ne? Wir haben nur polnische YouTube-Videos gefunden, Commander Okay, die wissen was Jungs, durchwirken, durchwirken Mach erstmal Tür zu, dass die von hinten nicht abgeknallt werden Oh mein Gott Oh mein Gott Holy shit Warum holt er sich halt den Raub nicht, Alter? Was ist das für ein Team? Dafür kann ich nichts, Commander Er meinte, er wäre hier für eine Tupperware-Party Ach du Kacke Digga, wir haben so kassiert Und was geht mit ihm schon wieder? Mehr Weihwasser Wieder ein besessenes Haben wir sie alle festgenommen? Hat jemand irgendwo an den Piebel rumliegen sehen? Digga, der braucht auf jeden Fall einen Arzt Du! Bestgenommen Digga, jetzt wird kein FIFA mehr gestreamt, du Penner Oh mein Gott, was hast du gemacht? Das ist Sky vom Paw Patrol Paw Patrol Paw Patrol Da 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 Die Pfadwenderinnen sind schon wieder hier Von wo? Überall Diesmal sind sogar Grundschüler dabei Junge, Alter Mein Team hilft mir halt gar nicht Ich bin so aufgeschmissen gerade Von fiesen Pfadwenderinnen war nie die Rede, Commander Es reicht langsam Ich bin von überall abgeschossen Ich sterb schon gleich wieder Digga, das geht hart hier Real Talk, bin ein bisschen neidisch Geile Zentrale, Alter Mit Ringlicht, Alter Stabil, stabiles Setup So Digga, hast du grad auf mich geschossen? Ach du Scheiße So Kollege, du kommst mit Wird das wieder so ne Aufnahme für Ihren Onlyfans-Kanal, Commander? Aus Bett Was passiert eigentlich, wenn ich bei der Granate diesen Zapfen rausziehe? Einfach alles bang Oh mein Gott Ah Deswegen heißen die Blend-Granaten Wo ist Michael? Ich werd gleich sauer, Alter Wir haben ihn, Sir Scheinbar hat er bei den Pfadwenden versucht, die Zeche zu prillen Ich denke, das ist nun so wie bei seinem Song Egal Let's go Easy clap Nichts gemacht Team hier hat mich gecarried, aber auch irgendwie die ganze Zeit verraten Commander, ich kündige Die Pfadwenden haben mir ein unschlagbares Angebot gemacht Ey, bitte Ach, deswegen ist das nicht gut Das, ey, Lukas ist hops gegangen Im Einsatz geht Warte, nee Nee, Moore ist und Smith ist drauf gegangen Jungs, es tut mir leid, man Okay, Jungs, ihr seid mein neues Team Ich glaube, ihr habt mitbekommen, was im letzten Einsatz passiert ist Es sind zwei gefallen und zwei hatten mies keinen Bock mehr auf mich Ich hoffe, es wird besser Sie haben das Premium Package, Commander Unbegrenzte Anzahl an Kills garantiert Aber vorab Ich bin der Commander, ne Ihr hört auf mich Ja, richtig so Digga, wir sind einfach in den Favelas Nachtsichtgerichte auf Nachtsichtgeräte auf Mein Gott Wollen wir das mit der Klinge probieren? Das fängt wieder an wie beim alten Team Die haben einfach keinen Bock Also nochmal Zapfen ziehen Und dann die Granate werfen Jungs, jetzt zeig mal, was wir geübt haben Ziehen und werfen Ziehen und werfen Ziehen und Was nochmal? Hm Der Bruder hat einfach das Team hochgejagt, Alter Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Die einzige Option, die wir jetzt noch haben, sind die Italiener Besser ist es, Alter Hast du hier noch Kollegen? Steht hier Steht ruhig So Leute, so geht das Die erste Festnahme geht auf meinen Nacken Talk to Entry Team Ok Jungs, nicht mit Blendgranat Ah, jetzt trotzdem auf Ok, ok Die Arme, Alter Ich hätte gedacht, dass die auch so übertreibt doch nicht, Jungs Scheiße, ey Gut gemacht, Jungs Alter, ich sag wie es ist, das Team ist jetzt schon besser Das gefällt mir Los, 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 los Raum sichern, Raum sichern, komm Oh Hä, Jungs, hä Was macht ihr, wie geil seid ihr denn, Alter? Oha Hä, zufrieden mit meinem Team Das macht ihr echt gut Ich stehe hier hinten Alter, was ein geiles Team, Alter Das ist so ein geiles Teamplay hier Oh, Geld gesichert, Alter Und zwar Die Hälfte da vorne in meine Tasche Ich bin ehrlich Irgendwo verstecken Alter, Jungs Was ist denn das? Crystal Meth, Alter Ist doch ehrlich, du hast dir was eingesteckt, ne? Ich sehe das doch Verrückter So ein Verrückter Die Jungs machen Ey, was ist jetzt mit meinem Team los? Die machen alles alleine Ich habe nur eine Person festgenommen bis jetzt Let's do it So, festgenommen, Freundchen Keine Ahnung, wo du hin bist Aber du bist festgenommen Wo ist der hin? Hä? Ne, der ist einfach verschwunden Nee, du wirst erstmal festgenommen Meine Kollegen machen das schon Die wirken schön durch Jungs, wo habt ihr denn ganz gesichert? Jetzt bleibt mir los Och, Mann Mit den Jungs Die machen das Level einfach ohne mich schon wieder Okay Damit wir auch mal was machen Wichser Was ist das denn für eine Aktion von dir? Oh, der macht einen Booty-Dance Aber alle noch meine Jungs sind am Leben, ne? Weil ich ein guter Commander bin Das andere Team war einfach nur schlecht Oh, der Commander hat das mit dem Revolver geklärt Oh, der Commander hat das mit dem Revolver geklärt Jungs, Jungs, wir haben sie alle festgenommen Good Job Lol 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 Ich hab Headcam Lol Ich kann sehen, was der andere sieht Wie hab ich das denn jetzt gemacht? Das ist ja übercool Oh mein Gott Jungs Wem gucke ich grad zu? Sanchez Bester Mann Ist ja mal maximal geil Okay, Jungs, äh Alter, das ist hier... Guck mal, meine Jungs, Sanchez Du guckst grad die Decke die ganze Zeit an Was machst du da, Bro? Madonna Ich weiß, dass ich mich ein wenig mit der Farine Ich höre die Voschen des Herrn und ich spreche... Tedesco Komm, komm, komm Ich seh, dass du dich nicht bewegst, Sanchez Sanchez Ich hab ein Befehl gegeben Elvis Sei du? Hier, der ist ein bisschen frech, ne? Oh, die sind erst da, okay Wir checken schon mal aus Hier, das wirkt in Ordnung Okay, ist noch ne Crackhöhle Ihr müsst nicht mehr Blendgranate schmeißen Jungs, bitte Mach das nicht Jungs, bitte Komm, mach das Hey Kommt einfach rein Wie? Wie? Wir waren noch zu fünft Das... Also vier andere Hat denn das... Scheiße Wer hat denn... Ich hab nicht damit gerechnet, dass ich sterbe Scheiße Ich hab nicht so... ...